Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.500 US-Dollar, kurz vor der FED-Zinsentscheidung. Heute Abend, 20 Uhr, wissen wir mehr. Wie sieht es aus mit den Zinsen? Werden sie erhöht? Bleiben sie gleich? Ich gehe momentan eher wieder oder weiterhin davon aus, dass sie ein bisschen erhöhen. Schauen wir uns alles gleich im heutigen Video an. Außerdem sehen wir möglicherweise noch Trade-Möglichkeiten vor dem FED-Zinsentscheid oder währenddessen oder während der Zeit. Auch das werden wir uns natürlich anschauen, Bitcoin, Ethereum und auch mal einen kurzen Blick auf den DXY, wie wir es halt so gewohnt sind. Und heute Abend um 19 Uhr oder 19.30 Uhr, werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben, werden wir einen Livestream machen und uns natürlich dann live den Zinsentscheid angucken. Die Rede danach jetzt nicht mehr, weil die war das letzte Mal schon grottig, langweilig und im Endeffekt sagt er eh wieder das Gleiche, aber auf jeden Fall den Zinsentscheid. Gut, und bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Signale, Updates und alle Videos etc. pp., kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und wer es immer noch nicht mitbekommen hat, bis 5.5. gilt jetzt noch dieses Einzahlungsevent bei BingX. Das heißt, hier könnt ihr euch im Endeffekt Free Trades abholen. Zusätzlich zu dem Bonus, den ihr sowieso kriegt, wenn ihr euch über meinen Link registriert, da kriegt ihr ja sowieso mindestens 50 USDT als Free Trades. Und dann hier, das könnt ihr auch noch mitnehmen, also auch hier der Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit genug Werbung gemacht, ich würde sagen, direkt rein in die Analyse, 28.500 USD traden wir. Wir haben gestern eine schöne Erholung nochmal über den Tag gesehen, bis in die Spitze hier ins 0,5er Fit-Level bei ungefähr 28.800 USD. Jetzt so ein bisschen Konsolidierungsphase, nicht wirklich viel Volumen in den Märkten. Wenn wir mal so ein bisschen auf die traditionellen Märkte blicken, auch hier so leichtes Minus. Also alles wartet hier wirklich auf die FED und auf die anschließende Rede natürlich danach. Wir schauen uns ganz kurz mal an. Also momentan gehen 84% davon aus, dass die Zinsen erhöht werden. Nur 16% gehen von keiner Erhöhung aus. Wundert mich eigentlich, dass das Ergebnis so ein bisschen so deutlich überwiegend ist, dass wir eine Zinserhöhung sehen. Wir haben jetzt letzte Woche oder am Wochenende First Republic Bank, die den Bach runtergegangen ist. JP Morgan hat sie aufgekauft. Was für eine Überraschung, haben wir das Thema ja schon in der Telegram-Gruppe diskutiert. Und schon wieder zwei Banken sind am Wackeln, was ich da so mitbekommen habe. Also vor allem diese regionalen Banken. Und das sind ja die Banken, auf die es ankommt. So JP Morgan, Bank of America, auf die kommt es nicht an. Die werden so schnell nicht fallen. Aber vor allem diese kleinen regionalen Banken und sowas, die werden ordentlich zu blechen haben. Und da gehen wieder die nächsten zwei erstmal baden. Mal gucken, ob JP Morgan wieder einkauft. Aber gut, warten wir da erstmal ein bisschen ab. Wie gesagt, Bitcoin ist erstmal ein bisschen so leicht in der Konsolidierungsphase. Ich habe es heute früh schon in der Telegram-Gruppe gesagt. Für mich wäre es Bombe, wenn wir hier oben zumindest mal ins Golden Pocket reinkommen. So dieses Supply hier oben bei 29.300 US-Dollar abholen. Und natürlich das Golden Pocket. Und von hier dann erstmal einen Satz nach unten hin machen. Wir haben weiterhin so das übergeordnete Ziel. Vorne, ich sage es mal, 26.000, 26.500 US-Dollar. Bis Maximum 25.000 oder 24.000 US-Dollar. Das sind so die Key-Levels, die ich momentan ein bisschen im Blick habe. Sollten wir hier oben rejected werden, ist es für mich klar, dass wir erstmal ein bisschen runtergehen. Sollten wir hier einfach durchbrechen. Und das ist immer so dieses mit Vorsicht zu genießen, mit Limit Orders, die ihr wisst, momentan mag ich überhaupt nicht. Wir warten hier ab, wie die Reaktion im Golden Pocket ist. Und natürlich dann auch diesen fett Zinsentscheid. Weil sollten überwiegend oder weniger erwartet, dann doch die Zinsen gleich bleiben, gibt es einen ordentlichen Push nach oben. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der ganze Markt wartet hier wirklich auf einen kompletten Dump. Also auf die 25k, auf die 24k, geht nochmal auf YouTube jeder, ja, Dump, 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 Dump. Und das ist das, was mich ein bisschen stutzig macht. Ihr wisst, wir sind immer noch hier unten von den 27,4 Long. Der ist auch noch weiterhin offen. Und ich überlege hier jetzt gegebenenfalls nochmal bei einem Rücksetzer wieder ein bisschen zu verdoppeln. Die Position, weil ich irgendwie noch nicht so wirklich glauben kann, dass wir hier ein Dump sind. Wir haben es beim letzten Mal gesehen, beim letzten Zinsentscheid ist nichts passiert. Also warum soll jetzt extrem viel passieren? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt momentan, nicht zu viel da rein interpretieren. Sollten wir hier oben rejected werden, klares Signal für mich erstmal short. Brettern wir hier durch, dann sind weiterhin die 32.000 oder sogar 35.000 US-Dollar auf jeden Fall in Schlagdistanz. Nun momentan ist es überwiegend, wenn wir uns das mal so das größere Chartbild angucken, auf dem 4h, also auf dem 4h-Stunden-Timeframe, überwiegend seitwärts mit Tendenz ein bisschen Downside gerechnet, weil wir eben kein höheres Hoch mehr gekriegt haben. Aber höhere Tiefs immer noch hier so einigermaßen, zumindest in einem schmalen Trend hier bilden. Also es ist noch nicht alles verloren, aber diesen Bereich hier oben bei den 29, 29.3 sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Supply Zone, Ineffizienz und Golden Pocket, meist nicht so ein gutes Zeichen. Der RSI hat auf jeden Fall noch Luft, also wenn es nach dem RSI geht, müssen wir nicht korrigieren. Zumindest auf dem 4h-Stunden-Timeframe, 1h-Stunden-Timeframe minimal höher, aber jetzt auch keine wirkliche Resonanz hier. Wir schauen noch mal ganz kurz bei Binance mal ein bisschen rum, wie ist da das Volumen zuletzt gewesen. Seht ihr auch, nicht wirklich viel Volumen mehr reingekommen, auch so auf den kleineren Timeframes. Ihr seht, die meiste Akkumulation war hier einfach in diesem Bereich zwischen 22.000 und ich sage jetzt mal 24.000. Dann noch diesen Push hier mitgenommen und seitdem ist das Volumen hier ziemlich raus. Auch auf dem Daily-Timeframe wird sich da wahrscheinlich nicht viel ändern. Wir sehen mini-minimal hier ein bisschen mehr Volumen reingekommen, das war es dann aber auch übergeordnet. Und Head-and-Shoulder-Chart-Pattern, ihr wisst, man darf es auch nicht hier zu viel interpretieren bei solchen Head-and-Shoulder-Chart-Pattern, weil die dann natürlich auch gerne nach oben hin ausbrechen, also komplettes Fake-Out dann einfach machen. Also ein bisschen vorsichtig sein, es gibt keine klare Richtung, einfach momentan für mich übergeordnet bin ich eher noch ein bisschen bullisch, wegen eben dem Fettzinsentscheid heute Abend und dem Rest so in den kleineren Timeframes. Es gibt keine Korrektur, auf jeden Fall folgen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier seht ihr auch schon ein bisschen das Setup so ein bisschen angedeutet. Hier warte ich aber nicht aufs Golden Pocket, hier warte ich eher so auf die Marke von 1.900 US-Dollar. Einerseits, weil mir hier ein bisschen zu wenig, ich sage jetzt mal, zu wenig Liquidität hier in diesem Golden Pocket ist. Vorher haben wir schon eine 1-Stunden-Supply, wo wir uns jetzt schon Liquidität rausgegraben haben über die letzten Stunden. Hier oben dieser Push mit den zwei Abverkaufsleveln gefällt mir deutlich, deutlich mehr, weshalb ich eher so ein bisschen auf die 1.900 US-Dollar-Marke schiele, um hier gegebenenfalls ein Short einzusetzen. Ansonsten, Liquidität liegt hier unten an diesem Tief, auch eingezeichnet hier diese 1-Stunden-Demand-Zone. Also es kann gut möglich sein, dass wir auch zu Fett sollten, wir jetzt hier erst noch ein bisschen weiterhin konsolidieren, dass wir uns die Liquidität, huch, das wollte ich nicht, so, jetzt aber, dass wir uns die Liquidität hier unten rausholen. Ihr seht, ordentliche Volumencandle, in Anführungszeichen ordentliche Volumencandle. Der zweite Step wäre dann hier unten diese Marke von 1.787. Das wäre der erste halt 1.825, der zweite halt die 1.780 und das wird dann möglicherweise erst nach oben hin durchschießen. Ihr wisst, in solchen Phasen kann immer eine Menge passieren und diese Stop-Losses hier unten sind schon sehr, sehr verlockend. Und das Gleiche ist so bei Bitcoin auch, da haben wir auch sehr, sehr viele Stop-Losses mit dem engen Volumen, was wir letzte Woche da eben gesehen haben. Also Vorsicht ist einfach momentan angesagt, nicht zu überheblich sein. Das sind so momentan die zwei Szenarien, ansonsten brechen wir durchs Golden Pocket, bestätigter 4-Stunden-Close, bin ich da absolut bullisch erst einmal. Und den Rest, wie gesagt, heute Abend mit euren Altkörmünchen schauen wir uns dann heute Abend an um 19.00 Uhr, 19.30 Uhr. Wie gesagt, ganz genau weiß ich es noch nicht, werde ich euch da in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall Update da lassen und natürlich auch auf YouTube. Gut, dann noch rüber zu den News, dass traditionelle Bankenwesen mit digitalen Vermögenswerten die Schranken überwinden. Das traditionelle Bankenwesen ist für die Tonne. Krypto vielleicht noch nicht reif dafür, aber das traditionelle Bankenwesen ist für die Tonne einfach. Es gibt so viele Alternativen mittlerweile, das einzige, was noch fehlt, ist einfach Krypto, Online-Konto, irgendwie sowas. Aber das traditionelle Bankenwesen ist tot für mich. Gut, das waren gute Schlussworte, würde ich sagen. Schreibt gerne unten mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich freuen, wenn ich euch heute... Würde mich freuen, wenn ich viele von euch heute Abend beim Livestream eben sehe. War jetzt zwei Wochen still, um Livestreams jetzt gehen wir wieder los. Wie gesagt, Urlaub habe ich mir auch mal gegönnt, man sieht es vielleicht ein bisschen bräunlich geworden. Hat auch mal gut getan und heute Abend legt mal wieder richtig los. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, wie immer Telegram-Gruppe join, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges. BingX-Einzahlungsevent, kann es nicht oft genug erwähnen. In zwei Tagen läuft es noch. Und dann war es das von mir, wir hören uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, Stay Crypto.